Gott, oh Gott, was zum Teufel ist denn das? Da kommt auch so eine gemeine Idee. Wir starten neu durch, endlos auf schwer. Level 1. Level 2, Powerballoon. Nope, Level 1, Freunde, tut mir leid. Da hat das nicht geirrt, passiert. Okay. Weltrekord, 50 Sekunden. Die danach kommenden Leben sind die wichtigsten. Ich kann auch nicht drüber, das wäre zu lame. Ja, das ist wirklich zu schwer, Mann. Langsam, mach ich mal so. Ja, gut, das ist schwer, ich stehe. Oh, mach mal, ja. Oh Gott, okay, in die Pipe. Jetzt kann ich hier schon ans Ende kommen. Hahaha. In die nächste Pipe. Okay. Ließen wir hier einfach oben drüber gehen, aber... Naja. Warum lässt man da oben? Da kann man auch um drüber gehen. Okay, ja, ist gut, das ist gut. Fliegen wir gemütlich an die Wand, gemütlich nach oben. Oh Gott, nicht in die Pipe. Wahrscheinlich hätten wir einfach zum Ziel fliegen können, oder? Unten raus. Ich glaube, wir waren in der Main World. Das war schlecht. Ja, wir hätten einfach oben drüber fliegen können. Fängt schon mal gut an, Freunde. Fängt richtig gut an, ha? So. Jetzt gehen wir einfach hier runter. Links und Ziel. War sein. Super Level. Bye, yo. Bye, Gunnar. Arr, ein Pirat. Schauen wir mal. Dann haben wir schon mal nicht vielverschrecken. Warum haben wir schon wieder einen Pipe-Balloon? Den wollte ich eigentlich nicht sehen, um ehrlich zu sein. Oh, ich war so schlecht. Gut, okay, wir gehen vorsichtiger durch. Sieht aber erneut nach einem eher schlechten Level aus. So, einfach drüber fliegen. Da kann uns nichts passieren. So, hier sind wir vorsichtig. Schön unten durch. Jawohl. Oh Gott. Uh, war das knapp. War das knapp. Huhuhu. Hier müssen wir es verlieren. Alles klar. Checkpoint. Sieht aus wie ein Bug. Keine Spinne. Ein Käfer, meine ich. Whatever. In die Pipe. Okay, kriegen wir ein Cape. Das sehe ich doch schon mal etwas gerne. Wie kann das, dass ich die Cape nicht kriege? Dankeschön. Ich glaube, wir müssen die nicht besiegen, oder? Was ist das? Ich glaube, wir müssen die nicht besiegen, oder? Ich glaube, wir müssen die nicht besiegen, oder? Das ist die Chance, dass wir uns nicht vernerven, am Ende. So, die Pipe nicht einsam. Ich sage, nein. Das können wir uns dann lassen. Ich sage, wir müssen die nicht weg. Aber wir brauchen die nicht. Können wir die Feder mitnehmen? Und bisher geht es langsam nach oben. Sehr langweilig. Wahrscheinlich werdet ihr diesen Part in Speedup sehen, also schneller sehen. Sehr langweilig, sehr langweilig. Ich glaube, wir verpassen nichts. So. Hoffentlich wird es jetzt mal ein bisschen spannender. Ja. Ich würde sagen, ein Bosskampf gegen ihn ist spannender. Schütt die Türe. Warst du schon, bitte? Ja, war es schon. Leider wieder keine Leben, aber besser als welche zu verlieren, würde ich sagen. Der Two-Lens. Oh, Pilz. Jawohl. Klingt schon mal gut an. Die Münzen nehmen alle mit. Münzen sind uns wichtig. Genauso wie wir Panzer mitnehmen, wollte ich gerade sagen. Aber nee, lieber nicht. Dann machen wir aus, wenn hier noch einen von diesen Freunden kaputt. Oh, die Grüne ist so langsam. Oh Gott. Das Problem an der Grünen ist immer, dass man rumalbert und dann meistens runterfällt. Deswegen. Oh Gott. Oh Gott. Mach den Nackten weg hier. Und rüber. Vielleicht ein Geheimnis da oben? Natürlich nicht. Das Level sieht schon. So aus, als würde es was nicht machen. Okay, hier ein Wunder. Hier rechnen wir uns eine Goopas. Ups. Boink. Oh, eine Katze. Jawohl. Jawohl. Das ist immer ausgestattet. Und rein hier. Kann ich erst beachten, was so unten abgeht. Gleich raus. So, nach hier oben. Durch die Pipe. Oh nö, oh nö, oh nö. Jetzt laufen die jetzt wahrscheinlich genau. Oh, die Füße, oder? Nee, perfekt. Wir dürfen unsere Katze nicht verlieren, würde ich sagen. Nächste Pipe. Und rein hier. Okay, nochmal diese lange, lange unnötige Pipe nehmen. Puh. Da haben wir die Katze verloren. Mist. Oh, nee, die Bombe. Wow. Das ist ein Softlock. Dass die rote Pipe die richtige ist, wer hat das wissen können. Diesmal begeben wir nicht den Fehler. Rein in die Pipe. Nein, es hat ein Leben sein können, ich Idiot. Ich Gurke. Naja. Er hätte ein Leben sein können und keins verlieren, hm? Diesmal sind wir besonders vorsichtig und behalten unsere Katze und sammeln hier ein paar Kupas an. Oh Gott. Wirf. So, hier haben wir unser Leben. Katze, verloren, aber egal. Wir haben die drei Leben. Heißt, wir haben auch gar keinen Grund, hier jetzt irgendwie langsam zu machen und unsere Leben nochmal zu verlieren. Bleiben groß, wir verlieren nix. So, kurz vor dem Checkpoint. Warum? Das war ein Ding, ganz, oder? Das war eine Frechheit. So, der hat sich böse gemeint mit dem, was er gebaut hat, aber das war echt in meinem Fall unfair, fand ich. Okay, hier einen großen Baum. Okay, hier den richtigen Zeitpunkt abwarten. Können wir auf den obersten drauf? Ja, können wir. Gut, rüber. Ach, nee. Ei, 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 ei. Und werfen. Und tschüss. Kommen wir vielleicht zum Ende? Jawohl, endlich. Huf, das war mal ein Level, oder? Mehr Leben verloren, als nötig war, aber neue Leben sind immer noch gut. Level 4. Ja, Pano, was auch sonst. Besiege alle Boom-Booms. 4 Stück. Okay, 4 Boom-Booms geht's an den Kragen. Er hat sie nicht Level. Okay, Spin-Jump. Noch mehr Spin-Jump. Aber diesmal ohne... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was zum Teufel ist denn das? Da kommt noch so eine gemeine Idee. Nein, ich war einfach nicht geduldig genug. Und dann muss ich anfangen nochmal durch. Dies Level hat es mir nicht angetan. Weg damit. SMB 2. Ich mag diese SMB 2 Level. Ich wollte doch nur... Ich wollte eine mitnehmen, weil wir sie wahrscheinlich hier werfen müssen. Ja. Da hat man sie gebraucht und ich habe versagt. So, jetzt mal nehmen wir eine mit. Trinken wir uns sicher rüber. Dankeschön. Beep, boop, 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 boop. Oh, wenn wir hier werfen, hoffentlich reicht das noch. Oh Gott. Muss so einen Ball werfen, wie es aussieht. Oh Gott. Puh, war das knapp. So, ein Durch die Türe. Können wir die aufheben hier? Ah, ne, wir können alle kaputt machen. Das ist eigentlich eine coole Mechanik, finde ich, diese Kette. Jawohl, gab es sogar fast zwei Leben. Durch die Türe, gleich weg hier. Das war es sogar schon. Starkes Level. Das ist ein Zurückkommen, Freunde. Damit kommen wir zurück. Level 5 mit sieben Leben. Speedrun, 20 Sekunden, okay. Hoffen wir mal, es ist nicht allzu schwer, der Speedrun. Oh, ich mag den Anfang gar nicht. Hm, ja, Freunde. War nett mit euch, diesen Run gemacht zu haben. Hier gehen wir unter. Wenn hier kein Cheese versteckt ist, dann gehen wir sowas von unter. Der Sprung ist schon fies genug und danach über die riesen Piranhas. Ich sehe leider schwarz für uns, aber... Schreiben wir mal noch nicht den Tag ab. Oh. So, endlich mal ein bisschen weiter und dann scheitern wir hier. Der Sprung ist echt mega fies. Letztes Leben. Drück mir die Daumen. Okay, wir kommen schon mal weiter ein bisschen immerhin. Ja, ja, komm. Was kommt noch? Oh, nicht sowas Gemeines. Oh, wie fies. Oh, der Run ist am Leben. Der Run ist am Leben, Freunde. Ein Leben haben wir noch. Oder ein Leben kriegen wir noch extra. Also haben wir noch zwei. Puh, ich dachte, der Run wäre vorbei. Level 6 mit zwei Leben. 2-2, Desert Mains. Irgendwie vorantreiben? Och, nee. Hat er einen Fallschirm? Hat er nicht. Oh, je. Hä? Okay, es hat irgendwie funktioniert. Was machen wir jetzt? Ich will keinen YOLO machen. Ach, Mann, oh. Oh, er hätte immer das wissen sollen. Spin Jump. Was soll man da anfangen soll? Ganz ehrlich, verstehen tue ich es nicht. Aber was soll's. So, brauchen wir denn nochmal? Das Erste nicht. Dann gehen wir mal weiter. What? Ich bin gesprungen. Ach, das ist so gemein. Ach, schade. Sehr schade. Gerade so ein Level bringt uns zum Fall. Na ja. Bauen wir es nochmal um. 2-2, 2-2, Desert Mains. So, der banale Fehler passiert uns nicht nochmal. Was kommt hier? Gehen wir ein bisschen einfach oben drüber. 50er für die Fans. Gut, in die Pipe. Checkpoint. Können wir den Teil jetzt one-shotten? Das heißt, wir sind gerade eben völlig umsonst dem Over gegangen, wenn wir das schaffen. Ja, bisher sieht es sehr one-shotbar aus. Schon wieder dieser Sprung. Diesmal gehen wir aber einfach so. Machen wir es einfach. Kommen wir auch einfach drüber. Durch die Pipe. Ach ja, sehr schade. Manchmal ist es eben so. Naja. Das war's für diesen Run. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ich lade täglich Mario Mecha 2 Videos hoch. Und wenn du kein Video mehr verpassen willst, dann abonniere jetzt meinen Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.